Die schöne Insel kennenlernen mit all ihren Dingen, die hier sind, Natur, Friede und ein wahnsinnig tolles Klima. Und es gefällt Ihnen sehr gut und deswegen ist jetzt der zweite Anlauf auch ganz fantastisch, aber Sie müssen morgen auch schon wieder in der ersten Fähre zurück, in den ersten Flugzeug zurück. Und deswegen werden wir es jetzt auch ausnutzen, die Pause etwas zu verkürzen und hier Sie einfach wieder hören zu dürfen. Unsere Regina Serenek. Regina, es die Königin. Regina? Regina, es die Königin. Die Königin. Die Königin der Palestine. Ah, die Königin der Palestine. Und der König der Guadalajara. Omar, vielen Dank. Vielen Dank, dass du auch mit dir bist. Und ein großer Applaus auch an Ignacio. Der ist davor, weil heute das erste Mal, dass die drei zusammenspielen. Ich finde, das haben sie ganz toll gemacht. Den ist Alkohol, was kommt? Nein. Mastate. Mastate. Okay. Okay. Also nochmal einen dicken Applaus an diese wunderbaren Künstler. Und ich bin ganz glücklich und ganz happy, dass so ein tolles Auditorium da ist, dass diese Konzerte auch damit natürlich leben, in dem das schon ein tolles Publikum haben. Auch einen Applaus an euch, wir dürfen jetzt für euch kraschen. So, let's get started.